hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier geht es weiter in world of warcraft pre-patch shadowlands mit dem nachgeborenen jäger karrieres so wir müssen jetzt mal rausfinden was mit der kaiserlichen wache passiert ist bevor wir uns dann wieder talanschi zuwenden so dann pflegen wir da hin und schauen uns das mal an was da los ist was hat euer aufenthalt für ein zweck eskortiert die elf hohnen flangen gefangenen in exil unser königreich erobert hier ein platt in dem und nehmen sammelt acht süßblätter für immer sammelt sechs brockenklebrigen ters sieht alles dafür brauchen wir hier hinten irgendwo genau süßblatt ja schon nächster ich habe kein ziel einmal her genau ich kann auch wieder einmal ja 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 ach da oben da oben so weit entfernt so weit entfernt ich muss näher heran besser ach guck mal wer da hinten steckt noch einmal so holen wir uns das hier dann kann man jetzt auch fliegen oder auch nicht da ist ja was das ist auch schon wieder da oder auch nicht das ist da drüben ok so wir brauchen noch schlamm schlamm so wir brauchen noch schlamm schlamm ich benötige ein ziel ich habe kein ziel gut keiner von denen denn so ich habe kein ziel die plattern auch fertig noch einmal ach die typen ist man ja auch noch stimmt ich muss zuerst etwas anvisieren dann hat es jetzt verlegt denn hier ja 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 und ich dreht mir besser nicht den rücken zu das fertig ist immer da wer seid ihr zum glück was wollt ihr von den sandalari hier und zehn knochen war für immer diese feuer dinger knochenrapport nötige ein ziel die kann man übrigens mit untoten jäger nur die untoten jäger kann ich habe kein ziel ich bin außer reichweite ich muss zuerst etwas anvisieren ich muss näher heran so viel aus so weit entfernt die war ja so ein totem statu wir absolvieren so haben wir dran Geier da ist noch so ein Abtor und noch so eine Statue das absolvieren wir auch hier Hier vorne die letzte. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Fertig. Dann zurück. Ich brauche noch einen oder anderen Screenshot. Jetzt fliegen wir nochmal hier. Prima. So Jungs, wir haben es geschafft. Ihr Schutz? Sprecht los. Was wollt ihr? Was wollt ihr, Tastermann? Braucht ihr Schutz? Okay. Dann halten wir hier auf den. Ah, Geräusche. Oder T-Rex. Das ist das Bekloppte. Was ich noch nie gesehen habe. Und gemacht habe. Da hat er recht. So. Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Was hat da denn hier Schönes? Ja, auf jeden Fall die Schuhe. Wie sehen wir? Tot, 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 tot. Okay. Ja. Okay. Naja. Im Woldun werden wir uns bestimmt sehen dann. Gut. Dann haben wir das ja abgeschlossen. Aber die zufällige Sichtung, die lässt mir keine Ruhe. Dann machen wir das noch. Das ist jetzt aber ein Stück hin zu fliegen. Bisschen höher. Ich glaube jetzt über den Knochen Sammler haben wir schon ein paar Mal gemacht jetzt. Das muss reichen. Da sind das Kummers. Ich glaube hier waren wir auch unterwegs. Jawoll. Jetzt kommt der Knochen weiter. Erkundet es nass mich. Jawoll. Hier müssen wir irgendwann noch hin. Weil der hier muss für uns noch gelegt werden. so fliegen wir hin da lang müssen wir aus wie im intro video hier so wir haben ja fast vorbeigeflogen schon fast gedacht dahin gerafft behandelt den verwundeten auch der ist nur verwundet doch in den stein gerafft junge das habt ihr in kopf so rettung des kosten entleert die blutkugeln runter mit ihrem kopf ist doch kein problem machen wir gerne freigelassen wie geht's denn so man vertrauen verdienen für den krokling und koks unerwünscht so jungs ich bin da auf geht's ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel was mit dem passiert ich habe gut kuchen ja eure haut wird gutes taumfreum abgeben ich bin nötiger ein ziel schrei die dann die nächste kugel zuerst etwas anvisieren und schnappen uns den dicken alles gezogen dann gibt es eine truhe stück in der hütte die vor nicht gesehen was müsst ihr denn füllen ich bin außer reichweite ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich habe kein ziel ich benötige ein ziel ich benötige ein ziel die kugel dahinten ich muss näher heran ich bin zuerst etwas anvisieren ich nehme euer blut ich bin zuerst ein ziel ich bin zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel so alles erledigt auf zurück zu unserem kleinen trollfreund her vertrauen verdienen und den seinen kopf noch man na klar ist er klar wer ihr seien denn krack war aufsuchen da kommen wir dann zur prinzessin da waren wir ja gut unterwegs hier in der geirgend gucken was der jetzt hat und 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 die schlacht hat begonnen führt uns zum sieg ist beruhig dich mal gleich mal stehen gut das würde ich sagen machen der nächsten folge ich bedanke mich fürs zusehen ich habe euch gefallen lassen daumen oben da unten aber würde mich freuen ich sage bis zum nächsten mal